Zermonien wird weihnachtlich. Weihnachten wird zermonisch. Das neue Buch von Walter Mörs. Hildegunst von Mythenmetz, der berühmteste Schriftsteller Zermoniens, erzählt von einem kuriosen Fest namens Hamulimep, das in seiner Heimat der legendären Lindwurmfeste alljährlich gefeiert wird. Seine Rituale erinnern auf verblüffende Weise an unser Weihnachten. Mythenmetz berichtet von rostigen Gnomen und Hamulimep-Wurmzwergen, von Trilobitensuppe und feuerlosem Feuerwerk, von singendem blauem Blumenkohl und dem Lindwurm feste Diamanten. Ein faszinierendes Feuerwerk der zermonischen Fantasie. Demnächst Auch unter Ihrem Weihnachtsbaum.